Er ist Nock rechts, die jetzt hier sind, Nock einer, Nock, Nock, alle Nock, Nice, Ja, Jungs, Sniper ist es. So Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video, neue Season und neue Top 250 Grind, wir sind mitten in der Session und ich bin wirklich so kurz davor Top 250 zu hitten und das Ganze nicht mit der S.O.A. Subwörter, sondern mit der Sniper, es ist soweit Freunde, Hanky Helmbombe ist zurück, täglich feinste Sniper Gameplay auf Rebirth Island, was wir für Runden hitten, was wir für Shots hitten, es ist einfach nur Wahnsinn, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video, ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt mit dem Sniper Gameplay, ich hoffe es gefällt euch, schreibt mir unbedingt eure Meister, meine Meinung zu den Snipes in die Kommentare und wie gesagt Freunde, viel Spaß mit dem Video. Mann, ich habe es gecheckt. Hier ist schon was drin, glaube ich, oder? Ne, du bist das. Die anderen sind unter uns, genau hier, unter uns. Neuer ist auf der Wunsch. Neuer ist auf der Wunsch. Da ist einer. Noch einer, kommt zum Treffer. Toll. Auf uns eingelandet. Im Fenster, ja. Wieder hoch? Ja. Hier. Zwei, zwei, zwei. Zwei, zwei. Überwie. War der Stronghold hinten? Der Stronghold auf dem Dach, guck mal hinten. Haben. Oder? Ne. Haben nicht. Das denkst du dir auch. Ja, ich werde angenehm von rechts. Ja. Ja, hinter uns. Das sind die, das sind die. Einer quackt. Einer dort, einer dort. Einer leer. Einer hier. Okay, wir kommen. Der andere ist auf dem Dach. Oder im Raum. Nice. Auf dem Dach. Hier auch was sagt, glaube ich. Auf dem Dach. Ja, mit 30. Ja. Bei mir waren noch Steps bei den Buildings, ne? Steps! Wir suchen euch. Runter! 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 Nein, wir müssen jetzt von hinten. Runter! Runter! Wir müssen sogar nach unten pushen. Einer ist da oben noch! Er ist da oben. Er ist da oben. Kommt runter! Runter! Über uns! Kommen wir mit nach oben? Ja, ich komme wieder hoch. Nice! Er ist Richtung Living Quarter da. Enemy dropping. Über uns! Ja! Er wurde gesnipet. Er liegt in Loot drin. Der Digga durch euch. Du eklig! Du eklig! Du eklig! Du eklig! Du eklig! Bist du Henke? Jun! Henke! Henke! Wir müssen weg! Oh, no way! Der ist so shit dabei! Und wir droppen! Und wir droppen! Ich kann nicht geben oben! Hier! Ja! Mesh! Da sind noch zwei! Deine Homies sind auch da! Du musst doch eine rollige Sau mit deiner Sniper, ne? Bitte? Du musst doch eine rollige Sau mit deiner Sniper, ne? Bitte? Du musst doch eine rollige Sau mit deiner Sniper, ne? Ja! Ich hab noch keinen Tower! 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 Der ist da im Building! Der ist da im Building! Ah, da fliegt der! Zwei fliegen da! Zwei fliegen da! Ja! Ich bin in der Flügel da unten, oder? Eins! Der andere ist weg! Ich hab nicht gedauert! Na gut! Über uns Staps! Über uns Staps! Tower 2 oben! Taubigen Snipes! Gucken! Oh, zwei! Den Ball ja nicht vor! Du wirst move'n! Du wirst move'n! Shoot break! Wir müssen da jetzt raus! Einer wonn! Mittlere Etage! Hier! Fest draußen! Marvin! Wir müssen mit der Gondel... In der Gondel haben wir Deckung! Das ist finished! Einer ist aufgeblattet! No way! Oh mein Gott! Was hat der für einen Beamer? PA PA PA! Seht sie! Wir können die umstehen! Einer justet unser Zelf! Einfach los! Wir haben gute Pulse für jetzt! Auf, auf, auf! Ist safe! Ob da keiner bei ist? Was ist aber los? Wer ist noch ein Fisch? Was ist das? Ja, den fisch! Den fisch! 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 Wasser, Wasser ist einer. Ich habe vier Nades reingeworfen. Unter mir Wasser. Unter mir. Das war es doch schon mit dem heutigen Video, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, zeigt mir, dass euch das ganze gefällt und dass ihr mehr seht von diesem nicen Sniper Gameplay. Wirklich, wir haben so geisteskrank gerunden, ich habe so geisteskrankte Snipes und ich habe so geisteskrank viel Spaß einfach an diesem Gameplay, wirklich, seit wir dann nicht mehr so viel Spaß am Snipen gehabt, Freunde, ich hoffe, das hat man gemerkt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Kanal kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, Freunde, schönen Abend. Schöneividade